Herzlich willkommen zu einer persönlich Spezialsendung. Das Logarno Filmfestival hat sich seit über 70 Jahren den Autorenfilme verschrieben. Es gibt neue Stimmen, eine spannende Plattform und betreibt eine aufwendige künstlerische Recherche. Und das mit sehr viel Erfolg. Und für den Erfolg mitverantwortlich ist der neue operative Leiter Raphael Brunschwig. Und er ist heute bei mir und spricht mit mir über sein aufregendes Leben, aber vor allem auch über das Logarno Filmfestival. Schön, bist du da. Danke für die Einladung. Durch die 72. Ausgabe ist bereits wieder Geschichte. Mit welchen Gefühlen hast du die 270 Ausgabe beendet? Mit sehr positiven Gefühlen. Es war ein sehr erfolgreiches Jahr. Und es war kein einfaches Jahr, aber das Ambiente, die Stimmung und die Frische, die es sich ergeben hat, ist besser, als wir erwartet haben. Und deshalb haben wir es eigentlich mit guten Gefühlen beendet. Was war dieses Jahr ein bisschen aufregend und anstrengend? Ja, das ist ein grosser Anlass. Es ist physiologisch, dass es immer anstrengend ist. Was dieses Jahr eine besondere Herausforderung war, ist die Integration einer neuen künstlerischen Leiterin, Lili Anstin. Sie hat das Festival schon gekannt, aber sie hat es nicht von ihr gekannt. Das heisst, da hat es gegenseitiges Kennenlernen gegeben und das war intensiv, aber erfolgreich. Reibt man sich da auch ein bisschen? Ich habe gerade vor deine Hände gesehen. Herbersprachlich. Ja, auf jeden Fall, aber das ist positiv. Das Lokarna-Festival besteht eigentlich aus ganz vielen verschiedenen Interessen, die gegeneinander gehen. Und die alle zu integrieren, das ist unsere Verantwortung und deshalb ist es gut, dass ich das auch reibe. Das gehört dazu. Das gehört, glaube ich, sowieso zu einem künstlerischen Prozess, oder? Zu einem künstlerischen Prozess, aber vor allem auch zu einem Filmfestival, das ja ein Festival für ein breites Publikum ist, aber auch ein sehr radikales Festival. Das heisst, wenn man nur schon diese zwei Aspekte schaut, und die sind ja schon geschichtlich gegeben, dass man auf der einen Seite 8'000 Personen auf die Piazza Grande bringen muss, und auf der anderen Seite muss man zwölf Kinosaile füllen, in denen man über 300 Filme zeigen. Und das sind schon mal grosse Kontradiktionen, mit denen leben wir und die gehören einfach dazu. Aber die haben auch in diesem Jahr wieder hervorragend gemeistert. Schauen wir mal schnell auf diese elf Tage zurück, und zwar in wenigen Sekunden. Sehr spannend. Guten Abend, caro Pubblico di Locarno. Ciao Locarno. Schöne Emotionen, wir werden nachher noch mehr sehen. Du hast schon angesprochen, Lili Hölsta ist neu mit dabei, und sie hat auch eines der kühnsten und frischsten Programme zusammengeschätzt. Zumindest sagt das die Presse. Wie kam es aus deinem Empfinden heraus? Genau so. Es gab wirklich einen frischen Wind in Locarno, und davon haben wir alle auf allen Ebenen profitiert. Sie hat jetzt auch ein bisschen auf andere Pfeiler gesetzt, zum Beispiel auf die jungen Filmemacher oder die sehr erfahrenen Regisseure, die wiederum aber auch ein bisschen experimentelle Werke präsentiert haben. Ist es diese Mischung gewesen, die du jetzt angefangen wärst, das gewisse etwas von der 72. Ausgabe? Das sicher. Obwohl, das gehört ja eigentlich schon zum Teil zur Geschichte von Locarno, aber wie man dann mit dem umgeht, wie man das präsentiert, da hat ihren Stil doch etwas Erfrischendes, das es vorher in Locarno so noch nicht gegeben hat. Das heisst, das ist eine Alchemie, die aus verschiedenen Elementen besteht. Aber der dekoratorische Teil, den sie gemeistert hat, ist sicher ein wichtiger Teil davon. Was war denn dein persönliches Highlight? Oh, das ist eine gute Frage. Ich denke, ich bin auch nicht für die Inhalte zuständig. Und mein persönliches Highlight ist eigentlich, wie die Stärke unseres Teams dieses Jahr. Weil hinter einem Festival sind ja immer Personen. Das Jahr waren immer 900 Personen. Aber wenn ich schaue, wo die Leute stehen, die das Festival eigentlich machen, also die Verantwortlichen von den verschiedenen Sektoren, die wir haben, oder die Departimente, die sind in einem super Moment zwischen Erfahrung, Motivation, Kompetenzen. Und mit einem Team an diesen Punkt zu kommen, das ist etwas, auf das können wir wirklich stolz sein. Du bist seit letztem Herbst operativen Leiter 2013 eingestiegen beim Locarno Filmfestival. Was macht für dich eigentlich den Reiz aus diesem Festival? Das ist auch eine sehr spannende Frage. Ja, dass es ein Festival ist, wo man eigentlich... Was ist das Locarno Filmfestival überhaupt? Es ist ein Filmfestival, es ist ein Festival mit für das breite Publikum auf der Piazza Grande oder für ein breiteres Publikum. Es ist aber auch ein sehr mutiges Festival in der Kinosaal, wo wir doch jedes Jahr etwa 100'000 Zuschauer haben. Es ist aber auch eine Plattform für Personen, die kommen, Filmbusiness machen, also Filme kaufen, verkaufen, für Presse, fast 1'000 Journalisten jedes Jahr in Locarno. Es ist aber auch eine Plattform für Jugendliche mit Bildungsaktivitäten, mit neuen Projekten, die wir dieses Jahr eingeführt haben. Du sprichst das Basecamp an, oder? Genau, genau. Kannst du dir etwas dazu erzählen? Was ist das genau und wie happy sind wir damit ergeben? Das Basecamp, das war eigentlich ein Experiment, das wir versucht haben, junge urbane Zielgruppen, die sich Locarno nicht leisten kann während des Festivals, also die sich die Hotelkosten nicht leisten können, nach Locarno zu bringen. Und die Idee war, dass sie am Festival teilhaben können, 200 Jugendliche, 70% aus der Schweiz, 30% aus dem Ausland. Und dass sie aber auch das Festival bereichern mit ihrer Kreativität. Das heisst, wir haben nicht nur junge Filmschaffende eingeladen, wir haben auch DJs eingeladen, wir haben junge Architekten eingeladen, wir haben alles Mögliche eingeladen. Und die haben dann wirklich auch zum Erfolg dieser Ausgabe beitragen. Wahrscheinlich auch sehr, sehr spannende Begegnungen. Genau, genau. Und alle Elemente zusammen, die machen eigentlich den Reiz des Festivals aus. Und da hat es jetzt noch verschiedene mehr, aber eben das Festival, das besteht eigentlich aus ganz vielen Festivals zusammen. Als du 18 warst, hätte wahrscheinlich niemand daran gedacht, dass du irgendwann mal operativer Leiter vom Locarno Filmfestival wirst. Lass uns mal schnell eintauchen in deine Geschichte, weil du hast eine ganz spannende Geschichte. Passt irgendwie auch zum Locarno Filmfestival. Du bist mal ursprünglich im Wald gross geworden. Jetzt sehr überspitzt gesagt. Du hast es zeitlang mit deinen Eltern, die ausgestiegen sind, so aus dem klassischen ... Oder umgestiegen. Oder umgestiegen. Sie nennen es umgestiegen, genau. Wie ist es dazu gekommen und was ist das mit dem Waldleben? Ja, meine Eltern sind beides Zürcher und die haben aus verschiedenen privaten Gründen das für richtig empfunden, dass sie ein Leben ausserhalb der Gesellschaft führen oder zumindest teilweise ausserhalb der Gesellschaft. Und dann hat sich das so ergeben, dass nach meiner Geburt in Zürich, dass wir dann sofort ins Tessin gezogen sind und dann bin ich tatsächlich in einem Wald aufwachsen. Natürlich in den Häuschen, also dort haben sie das ... Genau, das Rustico ausgebaut, genau. Als Kind findet man das wahrscheinlich die ersten sieben Jahre noch lässig, oder? Gidüllisch. Gidüllisch? Gidüllisch, ja. Was hast du mitgenommen aus dieser Zeit? Ja, ich glaube, wie jeder im Idealfall nimmt man eine gewisse existenzielle Sicherheit mit, weil man dann das ganze Leben lang begleitet und wahrscheinlich auch einen Kontakt zur Natur, den ich verloren habe, aber den ich weiss, der wird irgendwann wieder eine wichtige Rolle spielen. Ja, das gibt schon ein bisschen Boden, oder? Die Natur. Das kann man gut brauchen, wenn man operativer Leiter ist. Das kann man gut brauchen, vor allem wenn man immer so ein bisschen im Kopf oder in den Intuitionen ist. Dann kann man das brauchen, genau. Genau, du hast ja, glaube ich, eh einen guten Boden. Du darfst ja auch meditieren, über das reden wir noch. Zuerst bin ich eine Frage, ich meine, es war jetzt auch nicht so, dass du eine super easy Pubertät gehabt hast, oder? Da bist du ja sehr destruktiv unterwegs gewesen. Was heisst das? Ja, das kann man schon so sagen. Also, was ich dazu sagen kann, ist, ich habe von 18, 19, bin ich mindestens sieben, acht Jahre 19 gewesen. Genau, und habe dann ... Hast du nicht erwachsen werden? Hast du nicht das Wolltfeeling mitnehmen? Ja, das ist nicht das. Das ist dann mehr so, dass sich wiederfinden müssen in einem bürgerlichen Leben und ein bisschen das Epatelle Bourgeois schauen, wo die Grenzen sind. Und vor allem Material sammeln für ein Coming-of-Age-Buch, das man dann vielleicht in einem zweiten Teil des Lebens noch schreiben könnte. Das hast du auch schon gewusst mit 18 Jahren? Also, das habe ich schon geschrieben, genau. Das kommt dann irgendwann einmal, im Idealfall. Wie haben deine Eltern das damals gefunden? Ja, das war sicher nicht einfach, aber sie hatten immer Vertrauen in mich und das hat mich dann auch immer gestärkt. Und ja, sie mussten das akzeptieren. Also, das hat mich eine grosse Wahl. Das ist ja fast filmreif, wenn ich auch mal so eine Prämie machen am Logano Filmfestival. Du, 2013 bist du dann doch in eine ganz seriöse Karriere eingebogen. Wie ist es dann zu dem gekommen, was du zum Logano Filmfestival gefunden hast? Ich war gut befreundet mit dem Onkel vom damaligen werdenden operativen Leiter. Und der hat ein wenig meinen damaligen Wandel miterlebt und hat dann Mario Timbal, heisst er, hat er dann gesagt, du, den kannst du jetzt langsam brauchen. Also, den kannst du brauchen, genau. Und dann ist es eigentlich relativ schnell herausgestellt, dass ich einfach im richtigen Moment am richtigen Ort gewesen bin. Also, es hat mit meinen Vorgesetzten sehr gut funktioniert und vor allem auch mit dem Marco Solari. Und dann ist das relativ schnell gegangen. Und die Liebe ist dann auch so zack, bang, da. Eine wunderschöne Frau. Genau. Wo hast du sie kennengelernt? Sie habe ich kennengelernt. Wir wollten sie eigentlich als Präsentatorin für Piazza Grande einstellen. Sie hat das damals abgelehnt gehabt. Und ich habe sie nur wegen des Gesprächs mit ihr nicht eingeführt. Und dann habe ich sie aber getroffen an einem Anlass, den sie moderiert hat. Und ich habe eigentlich sofort gewusst, die möchte ich heiraten. Ah, wirklich? Einmal gesehen und ... Nein, nicht einmal, zweimal geredet, aber wirklich gewusst, dass sie jetzt ... Und ich weiss noch ... Und sie hat das auch gewusst? Nein, sie hat es nicht gewusst. Und ich weiss noch, dass ich sie dann besuche in Zermatt. Und ... äh ... Sie haben eine wunderschöne Familie. Und ihr habt auch schon ein Kind, so anderthalb. Ein Mädchen. Ein Mädchen. Sie stand auch schon auf einem roten Teppich gestanden. Ja, wir organisieren das Festival zusammen. Ja, es ist eine Familienangelegenheit, nehme ich mal an. Ja, weil das vortritt dich ja wahrscheinlich unglaublich auch gerade in dieser Zeit, wo es dann aufs Festival zusteuert. So kann diese Aufgabe als operativer Leiter ... Ist das auf dich zugeschnitten? Jetzt haben wir auch gehört. Wir sind da sehr darauf zugesteuert, zwar, aber auch mehr zufällig. Was gefällt dir an dieser Herausforderung? Dass man eigentlich unendlich viel Spielraum hat, ein sehr spannendes und schönes Projekt weiterhin zu entwickeln und zu verbessern. Das ist einzigartig, das in so einem Umfeld wie Locarno machen zu können. Und da bin ich auch immer sehr dankbar, dass man an so einem schönen Projekt mitwerken kann. Was sind denn deine wichtigsten Aufgaben? Nebst du immer das Geld ohne ... Eben, also ohne Geld wären alles nur Träume. Dann muss man es mal organisatorisch im Griff haben, sodass es funktionieren muss. Es muss effizient funktionieren. Und dann muss man es auch immer weiterentwickeln. Und man muss immer das mit dem Erfrischen überraschen können. Und das ist ein Stück heute auch die Magie, das Locarno im Festival mitnimmt. Und die Magie spüren auch die Zuschauer. Und wir haben sie nämlich gefragt, wie wir im Tunnel waren. Die Stadt ist sehr schön. Die Stadt ist sehr schön. Die Stadt ist sehr schön. In einem solchen Moment, warum nicht? Die Atmosphäre und die Filme auf dieser großen Leinwand, ich bin schon mehrmals da. Ich denke, diese Piazza Grande ist schön. Und es ist etwas sehr spezielles für uns. Und die Leute, die Essen, die Location ist sehr schön. Ich bin so alt wie das Filmfestival und beinahe jedes Jahr hier. Die Atmosphäre ist einmalig hier. Auch bei Regen natürlich noch schöner, wenn es schön warm ist. Aber es ist einmalig. Wir sind gerne hier, ja. Wir sind sehr schön. Mich fasziniert offen gesagt, wie ihr arbeitet, aus den öffentlichen Plätzen so intime Plätze zu machen. Es ist ja auch fast ein bisschen wie ein Zauberer mit deinem coolen Team zusammen. Es sind etwa 20 Jahre, die daran arbeiten. 20 Jahre, ja. Wie gelingt euch das? Die Magie eben auf die Plätze zu saubern? Ja, das ist also... Wie du sagst, verwandeln wir eigentlich die ganze Stadt Locarno ins Festival. Und das ist auch was die Zuschauer dazu, was sie dann auch erfahren. Und das machen wir eben. Wir sind also 20 Personen das ganze Jahr. 150 Personen, die über einen Monat arbeiten. Also von 1 bis 11 Monaten. Und dann 900 während des Festivals. Aber das arbeiten eigentlich alle mit. Also in jeder Boutique in Locarno, in jedem Restaurant haben sie Dekorationen zum Festival. Also das Leopardenmuster, das Geil und das Schwarze. Und das macht die Magie aus. Und man taucht wirklich in eine andere Welt ein. Und wo sehr vieles passiert, auf sehr vielen Ebenen. Und das... Also alles kleine Magie. Kannst du fast sagen, dein Team? Alle zusammen vielleicht, ja. Alle zusammen. Du, wo geht's noch an? Ich meine, das grosse Jubiläum steht vor der Tür. Das 75. Was habt ihr euch da vorgenommen? Da sind wir noch dran arbeiten. Aber wir haben ganz klar eine Situation, wo wir wissen, wir sind gewachsen bis zu einem gewissen Punkt. Wie kann man jetzt weiter wachsen? Wie kann man die Möglichkeiten der Digitalisierung einspielen lassen, indem man nicht nur ein besseres Erlebnis erschafft, sondern auch, dass man den Brand Locarno, was ja weltweit für ein sehr vieles Publikum eine starke Bedeutung hat, auch spürbar während eines Jahres macht. Und da haben wir schon erste Beispiele. Also wenn wir zum Beispiel anschauen, was wir mit Swisscom das Jahr geschafft haben, auf Swisscom TV, wo wir eine Rubrik zum Festival aufgeschalten haben, wo wir kuratierte Inhalte von uns, präsentierte Inhalte von uns zusammen mit Swisscom präsentieren konnten, an ein Publikum, das viel grösser ist als die 10'000 Personen, die nach Locarno kommen. Und das ist eigentlich ein erster Schritt in eine Richtung, wo wir hoffentlich weitergehen können in den nächsten Jahren. Also es geht wirklich um ein ganzes Jahreserlebnis. Ein grosses Thema ist aber sicher die 360-Grad-Betrachtung, die du ja immer herausstreichen tust. Was kommt da noch? Ja, was Festival an sich angeht. Also die Inhalte sind ja nicht in meiner Verantwortung, aber das ist auch immer ein riesen Challenge, wie positioniert sich Locarno gegenüber den anderen 6'000 Festivals, die es weltweit gibt, in einer Welt, die total im Umbruch ist, wenn man schaut, was mit Netflix passiert, was überall auch in unserem Alltag passiert, da wird sicher noch sehr vieles passieren. Und wo man sich da genau positioniert, also das ist auch immer das Festival, Locarno Filmfestival ist auch eine Art Seismograph gegenüber den ganzen internationalen Filmproduktionen und Distribution-Dynamiken, da wird sich sicher sehr viel tun. Und was das Erlebnis der Festivaliere in Locarno angeht, da werden wir einfach schauen, dass wir das weiterhin verbessern und dass wir die Magie auch beibehalten können. Und dazu gehört auch, dass sich immer erneuern können. Und das Ziel mit allen Aktivitäten, die wir während des Jahres schon machen und weiterhin machen werden, ist eigentlich das, was in den 11 Tagen passiert, zu stärken. Alles zählt auf das ab. Es lebt natürlich von den Menschen, von den Zuschauern, natürlich auch den Stars, die ans Festival kommen. Du hast ja auch schon, nicht nur dieses Jahr, spannende Begegnungen gehabt. Was hat dich persönlich am meisten beeindruckt? Oder wer? Ja, da hat es schon ein paar Persönlichkeiten, die einen sehr beeindrucken. Oft sind es auch noch nicht so bekannte, aber unter denen, die man kennt, hat es sicher ein Treffen gegeben mit Alessandro Kodorowsky, ein Regisseur, ein Psychomagier, was sehr, sehr spannend war und mir auch geholfen hat. Was hat er gemacht? Er hat seine Technik an dir ausprobiert, Das ist der charmante Mann mit den grauen Haaren. Genau. Er hat die Haare geleitet, ohne die Haarekarte. Genau, das hat er gemacht. Aber vor allem, er macht ja so psychomagische Akte. Und das kann man vielleicht am besten mit einem Beispiel beschreiben. Ich mache meine Arbeit eigentlich sehr gerne, aber was ich, wo ich immer etwas zu kämpfen habe, obwohl auch jetzt langsam etwas weniger, ist mit öffentlichen Auftritten, mit Interviews, mit Bühnenvorstellungen und so. Und da hat er mir gesagt, ich solle Blu di Cobalto, das ist ein Färbungsmittel, und vor dem Spiegel mit einer blauen Zunge zu reden und zu singen. Das hast du gemacht, Nilika? Das habe ich dann irgendwann gemacht, genau. Und ich weiss nicht, ob es jetzt wegen dem ist, aber es kommt langsam besser. Zumindest mental hat das irgendeine Blockade gelöst. Du bist aber auch noch, muss man sagen, ein bisschen affin auf diese Themen, oder? Also du kannst auch meditieren, du bist natürlich auch offen für das. Du lebst einen anderen Alltag, weil du hast wahrscheinlich auch, hört nicht abends um 5 oder 8 Uhr auf, aber fangst auch ein bisschen früher an, wenn du duschst, du moderierst. Das wahrscheinlich auch. Irgendwann musst du ja anfangen, aber meditieren. Ja, das kann ich nur am Morgen ganz früh machen. Also ich habe eine ganz strikte Morgenroutine, die fangt am 5 Uhr an, mit einem Träumen aufschreiben. Mit denen kann man dann auch aktiv etwas anfangen. Also was fangst du denn mit denen an? Mit denen kann man Insights haben, zu dem, was passiert ist. Und ich kann ... Das hast du nicht heute Morgen aufgeschrieben, was hast du einen Träumen gemacht? Heute Nacht bin ich verhaftet worden von der Polizei mit einem Trauma. Aber was das bedeutet, das weiss ich jetzt noch nicht. Ich weiss auch nicht. Du möchtest es nicht sagen. Nein, nein, nein. Ich hatte noch keine Zeit, mir um das Gedanken zu machen. Und dann versuche ich, ein Tagebuch zu führen. Und das hilft sehr viel bei der Strukturierung der Gedanken und auch beim Arbeitsalltag. Und dann schaffe ich es tatsächlich, immer noch 20 Minuten zu meditieren, jeden Morgen. Und ... Den Sport hast du jetzt noch ausgelassen. Ja, den machst du auch, oder? Genau. Ich mache 20 Minuten Sport mit einer App und im Hintergrund höre ich Hörbücher. Während dem Sport machen? Ja, während dem Sport machen. Das heisst, eigentlich alles, was ein wenig introvertiert ist, was eigentlich mein wahres Leben stattfindet oder das profundere Leben stattfindet, das findet zwischen 5 und 7 Uhr Morgen statt. Und dann sammelt man auch die Kraft, um dann die tatsächlich anstrengenden Arbeitsstunden zu meistern. Braucht man das auch, damit man eben so einen Job, wie du hast, machen kann? Dass man eben auch gut geerdet ist? Ich glaube, das hängt ein wenig von der Persönlichkeit davon. Aber wenn man intuitiv introvertiert ist und sich eigentlich wohler fühlt als sich selber als in der Aussenwelt, dann braucht man das auf jeden Fall, dass man das dann machen kann. Und dann hast du dir aber eine echte Challenge ausgesucht mit deinem Job, oder? Ja, man wächst in dem, dass man die Comfortzone kontinuierlich ausweitet. Und das ist eigentlich, was ich seit Beginn meiner Arbeit am Festival machen konnte. Einmal war es fast ein wenig am Limit, aber es hat immer funktioniert. Und ich bin, wie gesagt, extrem dankbar, weil so viel Lernen mit so vielen spannenden Leuten in so wenigen, in so kurzen Jahren, das ist wirklich, das ist sehr stark. Und eben, da kann man nur dankbar sein. Du hast ja über die Begegnungen gesprochen. Zwei spannende Begegnungen hat es sicher bei dir, aber auch mit den Zuschauern zu Hause gegeben. Schauen wir uns mal so schnell an, wer da war. Es ist einfach unglaublich. Ich bin so stolz, dass ich die Welt reingehe und all diese wunderbaren Fans von Cinema und, you know, ich bin sehr dankbar für alle, für alle, die ein Festival zu schaffen, um Filme und Kunst zu sehen. Ich denke, das ist sehr wichtig. Und ich liebe, dass dieses Festival hier für so lange ist. Es ist wirklich ein großer Honour. Was gefällt Ihnen am Festival? Ja, am Festival die Begegnung mit den Leuten, die Piazza, die Filme, die Vielfalt der Filme, die man hier sehen kann. Und auch diese sehr starke Möglichkeit, über unsere Welt zu denken, zu diskutieren. Und das finde ich hervorragend. Ich bin schon auf den Punkt, Alain Berser. Es geht wirklich auch um die Welt. Und man kann diskutieren. Und ich glaube, das schätzen ja irgendwie schon auch die Stars. Weil ihr arbeitet ja immer wieder, dass die Stars hierherkommen. Hilarie hat das seit diesem Interview gesagt, wie sie das einfach auch schön findet. Und weil es eben ein anderes Festival ist. Genau. Und die Personen, die das Festival... Also das Publikum hat wie eine andere Nähe gegenüber anderen grösseren Festivals. Man trifft sie sozusagen auf der Strasse. Wir haben gerade die Stars gesehen. Wie sind denn die normalerweise im Umgang? Ja, das hängt immer von Person zu Person. Aber wir haben ein gutes Team, das mit ihnen umgehen kann. Wir versuchen ja immer, das zu erreichen, dass sie ein unvergessliches Erlebnis in Locarno erleben. Und dass sie dann auch ihre erweiterten Freundeskreise im Idealfall nach Locarno bringen können in Zukunft. Und ja, die schätzen das aus verschiedenen Gründen. Aber was sie schätzen, das Piazza Grande Erlebnis ist ja für einen Filmstar. Das sind ja keine Rockstars. Die sind nicht daran gewohnt, vor 8'000 Personen auf einer Bühne zu stehen. Und sie sehen, dass so viele Personen für den Autorenfilmen oder für die Filmkunst allgemein so passionate sind. Das ist schon ein starkes Erlebnis. Und das gibt auch innen starke Reaktionen, die dann das Publikum mitbekommt. Was ist das Schönste, was ihr erlebt habt? Und schrägste? Ja, schrägste. Ist das da? Das Treffen mit einem ... Das war vor ein paar Jahren. Gaspar Noé ist ein sehr kontroverser, sehr guter Regisseur. Und der hat dann die Holche geführt. Er wollte fast eine Initiation zu den Drogen. Er hat sehr viel über dieses Thema gesprochen. Man wusste nicht, wie nüchtern er war. Wir mussten ihn dann im Swimmingpool am Morgen, am 7 Uhr holen, um sicher zu sein, dass er sich überhaupt an diesem Talk präsentiert. Und solche Sachen. Das gehört dazu. So ein Rockstar-Leben, das dann auch zum Tragen kommt. Genau. Es hängt immer von den Persönlichkeiten darauf an. Aber im Allgemeinen funktioniert das. Und die Persönlichkeiten, die nach Locarno kommen, schätzen das auch sehr. Und es ist für sie wie ein Abenteuer. Weil nach Locarno kommt man an einen Flughafen, und dann muss man noch eine Stunde reisen. Es ist eine weite Reise. Und dann kommen sie in ein Hotel, das ja nicht die Standardhotels sind, die sie von der ganzen Welt kennen. Das heisst, für sie ist es wie ein Abenteuer. Sie müssen länger bleiben, als was sie in London bleiben müssten. Und das heisst, sie können das dann auch auf sich zukommen lassen und das dann auch miterleben. Aber darum tut man es dann wahrscheinlich auch etwas anders erleben. Genau. Den ganzen Glamour. Der Glamour-Ansicht, das ist natürlich auch immer ein grosses Thema, dass man sich selbst als Person nicht blenden lässt. Das ist dir nie passiert, dass man sich von dieser Welt verführen lässt. Also ich meine ... Für dich als Person? Nein, nein. Also ich hoffe, dass das die Aussenwelt auch so empfindet. Aber nein, ich denke, in meiner Rolle wäre das ein Fehler am Platz. Also ich muss einfach schauen, dass es läuft, dass es weiterkommt, dass die richtigen Leute am richtigen Platz sind und dass die Finanzierung stimmt. Und das mache ich ja zusammen mit unserem Präsidenten, mit dem Marco Solari. Und da haben wir doch noch eine sehr starke Persönlichkeit hinter uns, das auch ein bisschen sicherstellt, dass wir das dann auch zusammenarbeiten. Das sind ja schon auch grosse Fussstapfen, die du jetzt hier so ein bisschen übernehmen darfst. Wie Marco Solari ist jetzt Präsident. Und du darfst ja immer mehr auch das so ein bisschen mitgestalten. Merkt man da so ein bisschen den Druck? Zum Glück, ja. Das gibt auch einen gewissen Halt. Also er ist ja jetzt mittlerweile 20 Jahre Präsident. Die ersten zehn Jahre war er operativer Präsident. Und dann hat er die Figur des operativen Leiters geführt. Und dann konnte er immer etwas mehr präsentieren. Das heisst, er ist für uns da. Also für mich speziell als Coach und als Mentor sehr stark. Und das ist auch ein grosses Privileg. Aber vor allem beschützt er uns und stärkt er uns auf politischer Ebene. Und auch auf wirtschaftlicher Ebene, wo er doch noch sehr viele sehr gute Kontakte hat. Da ist es eben so spannend vor. Lili ist auch eine sehr starke Persönlichkeit. Du ja auch. Marco auch. Wie ist das Zusammenspiel? Es ist eigentlich sehr gut. Es ist auch immer so, dass es, wenn es immer zu positiv ist, dann wird es ja schnell friedhöflich. Und wir haben eigentlich immer eine gute Dynamik, auch mit Konflikten ab und zu. Aber diese Konflikte ermöglichen uns, dass es auch weiterkommt. Und dass das Leben in diesem Gespanne auch immer wieder zurückkommt und mehr zur Geltung kommt. Und deshalb ist es eigentlich ein funktionierendes Trio. War es schon immer klar, dass ihr eine berufliche Liebesbeziehung werdet habt unter Marco Solari? Ich war sofort sehr fasziniert von ihm. Er ist eine sehr spezielle und starke Persönlichkeit. Bei ihm ist es selbstverständlich etwas länger gegangen. Aber als sich dann die Chance ergeben hat, hat er dann doch an mein Potenzial geglaubt. Und das ist ja nicht selbstverständlich, auch weil ich ja nicht einen klassischen Werdegang habe. Und da werde ich ihm immer dankbar sein. Für mich war es sofort klar, dass ich sehr viel zu lernen habe von ihm. Und dann ... Man spürt ja auch sehr aus, es ist eher eine Mentore-Geschichte, die wir hier quasi auch miteinander leben. Das Filmfestival ist 1946 entstanden. Wir haben auch ein paar Bilder dazu. Wie siehst du eigentlich die Entwicklung? Wenn du zurückgeschaut hast, ich meine, jetzt bist du ein paar Jahre mit dabei. Wenn man jetzt schaut, wie es damals losgegangen ist, unter dem, was war es? Ich glaube, einen ... Hier sehen wir es. Schau mal. Im Grand Hotel in Locarno hat es gestartet, im 1946, genau. Und Piazza Grande, die ist dann erst im 1971, hat man die dann ... Ist man dann zu dieser gekommen. Was man zur Entwicklung sagen kann, ist ... Positionierung als Entdeckungsfestival, als Festival für junge Filmemacher, mit einer relativ grossen Weltöffnung, war immer gegeben. Was sich entwickelt hat, ist einfach ... Grösse auf jeden Fall. Wenn man nur schon denkt, was in den letzten 20 Jahren passiert ist, als Marco Solari das Festival übernommen hat, hatte es ein Budget von 4 Mio. Franken, auch noch mit Schulden. Und jetzt sind wir bei 13 Mio. Franken. 15, wenn man noch ein Festivaldorf mit einbezieht. Und wir sind in einer stärkeren Position. Es ist professionalisiert worden. Es ist eigentlich eine relativ grosse Kulturorganisation geworden. Und das war dazu mal noch nicht so. Wenn man denkt, es ist wie ein Familienunternehmen geführt worden früher. Das hat man in vier Monaten teilweise noch organisiert. In den 60er Jahren ist sogar einmal ausgefallen, aus schöneren Gründen. Aus finanziellen Gründen, ja. Genau. Da hat sich tatsächlich einiges getan. Aber wir haben das auch dort gesehen. Marlene Dietrich und alle sind da gewesen. Schon damals, als es noch nicht diese Strukturen gab. Das ist tatsächlich so. Locarno ist ja eines der ersten Festivals, die es gegeben hat. Vor Locarno gab es eigentlich nur Venedig und Moskau. Moskau gab es aber nur ein Jahr. Im 1935. Da hat man dann den Walt Disney prämiert. Und das ist nicht gut angekommen. Damals in der Sowjetunion. Der zweite Ausgabe war dann glaube ich im 1955. Und dann ist Cannes gegründet worden. Im 1939. hat aber wegen dem Krieg auch erst im 1946 das erste Mal stattgefunden. Und Locarno ist, wie gesagt, eines der ersten Festivals gewesen. Und die Filmproduktionen in Amerika, die hatten ja noch keine Chance gehabt. Wo kommt man einen Preis über? Wo hat man Sichtbarkeit in Europa? Und da kamen wirklich ab dem ersten Jahr dann auch starke Persönlichkeiten nach Locarno in die wunderschönen Kulissen vom Grand Hotel, wo die ersten Ausgaben dann auch stattgefunden haben. Du hast es gerade angesprochen, das Venedig- und Cannes-Festivals sind natürlich starke Festivals. Die liegen da eigentlich gerade ums Locarno-Filmfestival. Das ist auch das, was Lili Hens da ein bisschen Angst gemacht hatte. Da konnte man ein paar Mal lesen, wie man das positioniert. Und da hat man dann auch die Filme und die Stars. Aber irgendwie habt ihr auch da einen guten Weg gefunden, mit ihm umzugehen. Genau. Man sagt ja, Locarno ist das Grösste der Kleinen oder das Kleinste der Grossen. Und da zählt auf jeden Fall auch noch Berlin dazu und ein paar andere. Und es ist klar, die Positionierung von Locarno hat sich in diesen Jahrzehnten oder 70 Jahren auch ergeben anhand der Positionierung der anderen Festivals. Also es ist klar, die Stärksten nehmen, die sind in Cannes. Da hat es am meisten Presse, da hat es am meisten Professionals, die die Filme dann, wie gesagt, kaufen und verkaufen. Aber für ein gewisses Autorensinne und für gewisse Filmproduktionen ist Locarno die richtige Plattform mit dem richtigen Publikum und mit der richtigen Presse, dass sie dann auch weiterleben, wo sie dann auch Erfolg haben können. Kannst du eigentlich so ein Festival zwischendurch auch ein bisschen geniessen? Nicht als Zuschauer, aber durchaus kann man das auch geniessen. Also das muss man... Das ist lustig. Michael Hefliger von Luzern Festival hat mal in einem Interview gesagt, sie gehen vor dem Festival eine Woche in die Ferien. Dass sie dann auch relaxt, alle ihre Gäste willkommen heissen können. Und wir sind leider nicht so weiss. Wir sind alle gerade im Punkt. Mit 20 Mitarbeitern mehr kommt das da vielleicht auch noch. Genau, aber es ist schon so, wir haben ja eine Verantwortung gegenüber all diesen Personen oder den 150 Partnern, wenn man schon an die denkt, die uns das ermöglichen, finanziell das zu machen, was wir machen. Und da muss man schon eine gewisse Gelassenheit ausstrahlen, damit Amerikaner sagen, fake it until you make it, und wenigstens so du, als ob man relaxed ist und es geniesst. Aber mittlerweile funktioniert es auch einigermassen. Mit deiner Morgengeschichte funktioniert das wahrscheinlich best. Ja, die ist dann während den 10 Tagen vom Festival... Inexistenten gibt es dann nicht mehr. Ja, fast inexistenten. Du, was hast du eigentlich für einen Bezug zum Filmen? Bist du das erste Mal ins Kino gegangen? Hast du dich noch erinnern? Marco sagt etwas sehr Schönes. Und er sagt, ein Kardinal muss mindestens katholisch sein. Ich als Dorfpriester müsste auch mindestens katholisch sein. Also ich... Filme sind ein bedeutender Teil von meinem Leben, aber ich würde mich jetzt nicht als Sinnvieler bezeichnen. Und ich bin ja da auch nicht direkt involviert in dieser Auswahl von diesen Filmen. Aber hat dich Filme interessiert als Kind? Und in einer aufregenden, instruktiven Filmphase, wo alle dann doch mit den Freunden ins Kino gehen? Nicht in den Kinos, aber gewisse Filme aus der Filmgeschichte auf jeden Fall. Also über die... Quelli Puyko noch gelesen, die provokativeren, die haben sicher... Die provokativeren? Genau, genau. Das hat sicher dazugehört zu dieser Grundbildung, die man sich zulegen muss, um zu wissen, wo steht man gegenüber der Welt und was ist einem wichtig. Welchen Film des letzten Jahres im Logano Filmfestival hätte dich jetzt am meisten beeindruckt, vielleicht aus der Konstellation aus? Hm... Das ist eine sehr gute Frage. Einer von dem Jahr, wo mir sehr geblieben ist, ist ein Schweizer Film, die fruchtbaren Jahre sind vorbei. Wirklich? Ja, weil er hat so eine direkte freche, sehr starke Ästhetik oder eine Art, wie er gespielt wird und gerade doch ein Thema, das für mich jetzt nicht so relevant ist. Aber wo ich mich jetzt... Also ich möchte nicht ein 35-jähriger Trauer sein, der sich noch diese Fragen stellt und diesen Film dann anschauen muss. Aber ich finde, da sieht man wirklich, wie man eigentlich mit Filmen sehr viel auswirken und sehr viel sagen kann. Und da gibt es jetzt wirklich sehr viele Beispiele. Also wir zeigen ja jedes Jahr, wie gesagt, 300 Filme und den Grossteil von diesen Filmen sieht man wirklich nur an den Festivals. Das heisst, man muss eigentlich nur ein bisschen Neugier mitbringen, um in Geschichten eintauchen von Menschen über andere Menschen, die man sonst nicht sieht. Und ich denke, das ist in unserer Gesellschaft, vor allem, wo wir eigentlich das Gleiche sehen. Auch wenn wir auf Netflix denken, jetzt haben wir diese Serie haben wir jetzt gerade entdeckt, aber 200 Millionen andere Personen haben wahrscheinlich in der Woche vorher das Gleiche gesagt. Ist das doch etwas sehr Wichtiges, zum Wissen, wo stehen wir und was sind die Elemente im Zeitgeist, die die künstlerische Sensibilität gerade bewegen? Du hast mich sehr lustig gemacht. Das nächste Jahr sind wir alle auch wieder mit dabei. Wir haben das ja auch sehr ausgiebig begleitet mit Specials und Swisscom, TV-Dossiers und auf der Provincie. Da sind wir sehr dankbar. Das ist toll und macht auch viel Spass. Es ist ein tolles Festival. Und du bist ein toller Mensch. Danke vielmals, bist du da gewesen. Danke dir. Und bei uns geht es natürlich nächste Woche dann wieder mit der normalen Person. Dann ist Patricia Boser bei uns. Unbedingt reinschauen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Hämt euch Sorge. Tschüss zusammen.